Schulanfang Schultüte gibt es seit 1810. Hannover Zuckersüß beginnt in den nächsten Wochen für rund 985.000 Kinder in Deutschland der Ernst des Lebens. Die Zuckertüte gehört traditionell zum ersten Schultag. Erstklässler wünschen sie sich so groß wie möglich und voller Süßigkeiten soll sie sein. Auch in diesem Jahr werden in Deutschland rund 700.000 Schultüten verkauft. Das aussehende Tüten hat sich über die Jahre hinweg stark verändert. Waren sie vor 30 Jahren noch einfarbig und schlicht so füllen heute knallbunte, mit Glanz und Glitter verzierte Tüten die Regale. Die Hersteller sind modebewusst. Jedes Jahr erscheint eine neue Kollektion für die ABC-Schützen, erklärte Experte Braun. Der Schultütenbrauch reicht bis zum Jahr 1810 zurück. Damals wurde zu Naxx den Sachsen-ABC-Schützen der Weg in den Schulalltag verschonert. Bevor Sick der Brauch des Burgertums in den Städten auch auf dem Land durchsetzte, schenkten Eltern ihren Kindern Kuchenbrezel.